Jo, meine Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen bei den XRP Bros. Ja, Leute, neuer Tag, neue News, würde ich gerne sagen, aber neues Verhör heute mal mit dem Marcel von CryptoGang. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Marcel. Danke, Jungs, für die Einladung. Danke, dass ich endlich mal dabei sein kann. Und ich bin gespannt, was hier heute passiert. Ja, freut uns auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall ein paar interessante Fragen auch aus der Community. Und wir sind mal gespannt, was du da alles so sagst. Ja, Marcel, alles, was du sagst, kann und wird wahrscheinlich von Hater gegen dich verwendet werden. Ist dir das überhaupt bewusst? Ja, es ist immer dasselbe. Wir kennen das mittlerweile alle. Ich habe da auf jeden Fall ein dickes Fell mittlerweile. Ich stelle mich den Fragen. Ja, super. Ja, dann würde ich einfach mal sagen. Rein in die Olga. Rein in die Olga, let's go. Gib uns ein Like und folge der Community. Denn wir berichten täglich über Ripple XRP. Wir sind nicht nur zwei Soldaten in einem Schützenkraben. Die XRP-Armee hat ihre Wallet durchgeladen. So, die erste Frage. Wie bist du auf YouTube und vor allem auf Krypto gekommen? Ich habe so eine gewisse Freundesgruppe. Und einer meiner besten Freunde, mit dem ich jetzt bald übrigens auch einen zweiten YouTube-Kanal starte, Marjo, grüße gehen raus, der ist so der Mensch, der mit weitem Abstand am allerlängsten schon irgendwas mit Krypto zu tun hat. Und vielleicht übertreibe ich ein bisschen, lasse es 2013, 14 gewesen sein. Aber ich meine mich schon daran zu erinnern, dass der irgendwie 2012 das erste Mal gesagt hat, boah, da ist so eine neue Technologie und das wird mal so voll die Zukunft und so. Und das heißt Blockchain und da gibt es so ein Bitcoin und so. Das ist richtig krass und so. Und der hat da irgendwie immer im Darknet so seine komischen Sachen gemacht, weil der war damals schon Anfänge Darknet, Torbrowser und so, war der schon irgendwie immer dabei. Und das war so die Zeit, wo ich dem noch gar nicht zugehört habe, wo ich dachte, boah, ist so ein bisschen spooky unterwegs, der Typ, so ein bisschen spinnerhaft, aber ich mag ihn ja, ist mein Freund. Dann wurde die Sache so ein bisschen publiker und so 2015 war das erste Mal, dass er so richtig den Finger gehoben hat und gesagt hat, Marcel, ich sag es dir, so Sachen Bitcoin etc., du musst dir das angucken. Du wirst dir den Arsch beißen, du wirst da was verpassen. Und auch da habe ich noch gedacht, Digga, lass mich mal in Ruhe mit dem Scheiß. Ich wollte halt immer so geschäftlich irgendwas machen und war immer schon so unternehmerisch irgendwie dabei. Aber ich habe halt den Zahn der Zeit da noch nicht verstanden beziehungsweise die Chance nicht wahrgenommen und wollte so ein Offline-Business aufbauen und so, was auch relativ gut funktioniert hat. Aber währenddessen habe ich gesehen, wie der Typ immer mehr Cash und immer mehr Cash läuft. Ich sag, wie machst du das denn? Und damals war es auch noch schwierig. Also 2015 konntest du auch nicht wie jetzt einfach auf jeden Exchange gehen und Bitcoin kaufen. Das war schon ein bisschen komplizierter. Da habe ich mir das das erste Mal angeguckt. Das war mir aber wirklich zu kompliziert. Da habe ich dann auch noch kein Interesse dran gehabt. Und 2017, so der richtige Bullrun, da hat es mich dann gepackt. Da habe ich dann gesehen, wie alles durch die Decke schossen. Und ich dachte mir, ach du Scheiße. Und wenn du jetzt nicht dabei bist, da habe ich dann selbst FOMO bekommen. Wenn du jetzt nicht dabei bist, dann wirst du echt einiges verpassen. So bin ich zu Krypto gekommen. 2017 in den Bullrun bin ich dann eingestiegen. Gott sei Dank noch vor dem Peak. Also 2017 haben wir schon ganz gute Gains gemacht. Und YouTube ist eigentlich auch eine lustige Geschichte. Ich habe am 05.05.2021 meinen Kanal gestartet. Und eine Nacht vorher, die Nacht vom 04.05. auf den 05.05. saßen wir im Musikstudio bei meinem Bruder. Mein Bruder ist ja Musiker. Und wir hatten uns wieder, dieser Kumpel, dieser Majok, der mich zu Krypto gebracht hat, der saß auch dabei. Und wir hatten wieder die ganze Zeit über Krypto geredet, weil der Typ ist einfach irre. Mit dem kannst du über nichts anderes reden außer Krypto. Und dann waren wir wieder am Reden, am Reden, am Reden, am Reden. Und dann sagte irgendwann mein kleiner Bruder so zu mir, sagte so, Boah, Digga, Alter, ihr redet den ganzen Tag über nichts anderes als über Krypto. Und Marcel, du bist so eine Laberbacke, Alter. Mach doch mal einen YouTube-Kanal, dir würde echt jeder zuhören. Und dann haben wir eigentlich so gelacht, aber ich hatte so einen Tunnelblick-Moment. Ich war dann so ganz ruhig und habe dann so durch den Raum geguckt. Und ich hatte alles schon so visualisiert. Und ich dachte mir so, ja, Mann, das ist das Ding. Und dann bin ich einfach aufgestanden, habe gesagt, ich muss jetzt nach Hause, ich mache jetzt einen YouTube-Kanal. Und die haben sich kaputt gelacht. Und einen Tag später habe ich mein erstes Video online gestellt. Einfach direkt gestartet. Einfach direkt gestartet, ja. War einfach gemacht. So bin ich zu YouTube gekommen. Ja, aber unglaublich, dass man auch so eine Person hat, die dann so früh schon drin war. Das finde ich immer, ich kenne das selber auch. Und dass man selber dann, sag ich mal, erst noch am Zögern ist. Unglaublich auf jeden Fall, ne? Absolut, ja. Ja, geil. Cool auf jeden Fall. Dann kommen wir zu zweiten Fragen. Und zwar, bist du außer Krypto noch in weitere Esseklassen investiert? Also Gold, was ist die Aktien? Ja, also erstmal ganz klassisch. Ich bin, was die üblichen Anlageklassen betrifft, relativ breit aufgestellt. Es geht immer mehr, aber ich würde sagen, ich bin da schon gut aufgestellt. Klar, Krypto-Einzelaktien, da halte ich Anteile seit 2015 schon an der Wohnbau-AG, die mir jährlich mittlerweile gute Dividenden einbringt. Tesla, dann haben wir noch Borussia Dortmund da, aber nicht so aus Renditesicht, sondern eher, weil ich mich mit dem Verein extrem identifiziere und ich halt in Dortmund geboren bin und so. Also dann ganz klar, ETFs bin ich ein absolut großer Freund von. Rate ich auch jedem zu, wenn er ernsthaft investiert für seine Zukunft, dass er mindestens so weit streut, dass er eben sagen wir mal ein bis zwei fundamentale ETFs mitgepachtet ist. Bei mir sind das so eher die MSCI-Brudis. Ist einfach das Sicherste, was du meiner Meinung nach machen kannst. Ich bin jetzt seit acht Monaten oder so ganz, ganz frisch. Das ist der neueste in meinem Portfolio, so ein MSCI-Eurotech, also europäische Technologie-Stocks. Das waren über die letzten Monate, über die letzten sechs Monate auch mal eben entspannte über 20% Rendite, weil viele immer denken, also ETFs, da geht ja nichts und so. Also ETFs machst du halt eigentlich meiner Meinung nach nie was falsch mit und gehört für mich absolut dazu, zu einem vernünftigen Portfolio, so aufs ganze Value gesehen von einem selbst. Ich sichere mein Geld dann noch weiter in Uhren ab, tatsächlich. Also ich bin in dem Thema jetzt nicht so tief drin wie andere, da bin ich so ehrlich zu mir selber, aber ich habe mittlerweile schon für mich zufriedenstellende Kollektionen so an wertsteigernden Modellen. Wertsteigernd ist das Stichwort, soll ja der Sinn dahinter sein. Und ja, Immobilien, das jute alte Betongold. Ich habe zwei Immobilien, wollte eigentlich an dem Punkt, wo ich jetzt aktuell so bin in meinem Leben, wollte ich schon viel weiter sein, aber aktuell machst du halt auch nichts mit den Verläufen des Marktes und so. Wenn sich das beruhigt, geht es aber auch weiter, ja. Ich wollte gerade sagen, es ist ziemlich schwierig, gerade aktuelle Lage mit den Zinsen. Macht jetzt gerade wenig Sinn. Da sind die Pläne jetzt erstmal ein bisschen auf Eis gelegt, ja. Ein verifiziertes Portfolio ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, um das den Leuten auch nochmal mitzugeben, ja. Nicht nur alles all in in Krypto, nicht nur all in in einem Projekt, das ist ganz, ganz wichtig. Definitiv, ja. So, Marcel, kannst du uns so einen Geheimtipp geben, vielleicht irgendwas aus der Schublade, so ein Low-Market-Cat, irgendwas ganz Kleines, wo man eventuell einige X in der Zukunft machen kann? Das sind bei mir eigentlich im Prinzip immer die üblichen Verdächtigen im Prinzip, ne. Ja, also ich bin, ich glaube, ich bin für mich selber jetzt nicht so bekannt dafür, der Moonjäger zu sein oder so. Bei mir sind es auch in der Regel dann die Projekte tatsächlich, mit denen ich in Kooperation gehe, weil es hat immer einen Grund, warum ich diese Projekte wähle, um in Kooperation zu gehen. Da sind jetzt aktuell Lopez, sehr, sehr interessant, obwohl wir da gerade im Extrem Pump drin sind, wie nachhaltig das ist, muss ich zeigen. Da gibt es noch keine fundamentalen Daten. Man kann da noch keine Aussage treffen, wie es weitergeht. TMNG, aktuell noch im ICO, ganz spannende Geschichte bezüglich Technologie, Metall etc. Ganz, ganz wichtig für die Zukunft, auch spannend als zukünftiger Investitionsmarkt, meiner Meinung nach. Crowdsop, beziehungsweise der Crowdtoken, Fitburn bin ich gerade frisch mit dran. Und was relativ neu ist, aber eins der spannendsten Dinge, die ich im Auge habe, ist Nexus. Da geht es, wie eben schon drüber gesprochen, auch um das Thema Immobilien, also Real Estate gepaart mit Krypto, wo du Anteile schon zu kleinsten Investments, so schon fast 5 Dollar oder so, Anteile an Immobilien kaufen kannst und dann läuft das wie so ein Dividendenprinzip. Und das habe ich auch gerade extrem im Auge. Finde ich furchtbar spannend. Und das sind alles Sachen, die ich auf jeden Fall in die Kategorie Low Market Cap reintun würde, ja. Auf jeden Fall sehr, sehr interessante Projekte, muss man dazu sagen. Ich habe deine Videos selber dazu auch gesehen, also muss man sagen, finde ich cool. Auf jeden Fall sehr interessant. Definitiv, ja. Wie, oder wie gesagt, was denkst du generell für die Zukunft? Was könnte mit unserem Finanzsystem passieren? Denkst du, wir gehen gerade im Bereich CBDCs, Bitcoin oder doch wieder vielleicht zum Goldgedenken, ja, System selber zurück. Was denkst du, wo geht die Richtung hin? Naja, guck mal, das ist wohl das Thema, was am meisten Rage Mode mit sich bringt, wenn man sich wirklich jetzt darauf einlässt, um da irgendwie tief reinzugehen in die Gedanken so. Die Zeit haben wir jetzt wahrscheinlich gar nicht, weil dann eskaliert halt hier bis übermorgen, das Finanzsystem ist zyklisch gesehen am Ende und läuft darauf hinaus, in den nächsten Jahren zu kollabieren. Und das ist so, weil wir ausgelöst durch Inflation und Entwertung einen flächendeckenden Vertrauensverlust bei den Menschen beobachten. Das Problem ist, dass das alles ist, was Banken haben, beziehungsweise worüber sie uns an der Leine halten und uns Spaß geben. Okay, das ist Vertrauen. Unser System ist so korrumpiert und ausgemerzt, dass es auf nichts anderes basiert als das Vertrauen von uns. Weil nachhaltig und intrinsisch ist da ja nichts, das wissen wir alle. Geld wird einfach gedruckt nach Belieben und dann nennt man es Liquiditätsspritze. Und weil alles gerade irgendwie anfängt, ins Wanken zu geraten, verlieren die Menschen dieses Vertrauen und wir werden weiterhin einen Bankenrun nach dem Nächsten beobachten. Und das hat zur Folge, dass die Elite, also ich nenne es jetzt einfach mal Elite, weil wir brauchen ein Wort dafür, dass die Elite, die dieses System steuert, die muss etwas verändern. Also die muss Anreize schaffen, um mit vielleicht sowas wie vorgegaukelter Sicherheit und Vereinfachung von Prozessen und so das Vertrauen der Leute zurückzugewinnen, dass die Leute einen Benefit in einem neuen System sehen. Und das ist jetzt gerade der logische Prozess der Zeit und es wird auf CBDCs hinauslaufen. Das wird kommen. Darüber muss im Prinzip keiner mehr debattieren, weil ich höre, es gibt immer wieder so die Debatte und ja meint ihr, kommen CBDCs, kommen die nicht? Das kommt, hundertprozentig. Und dass Bargeld ab einem gewissen Point of No Return ebenfalls komplett verschwinden wird, ist eben so ein Fakt, den niemand mehr aufhalten wird. Ob wir meckern oder nicht, ob wir das gut finden oder nicht, digitales Geld wird hundertprozentig alles ersetzen und wir sind nicht mehr weit davon weg. Und das wird dann, meiner Meinung nach, eine absolute Zeitenwende, weil sie dann völligste Transparenz und Kontrolle über uns haben werden. Was Bitcoin mit dem Thema zu tun haben wird, ist im Prinzip einfach, aber werden viele jetzt auch nicht gerne hören, obwohl wir sind jetzt gar nicht auf so einem BTC Maxlikan. Trotzdem werden es viele nicht gerne hören. Bitcoin wird meiner Meinung nach weiter da sein und als, also ernst zu nehmen sein, als Alternative dienen für die, die keine Lust haben auf, auf, auf dieses neue System. Also Bitcoin wird immer so die, die Art Peter Pan sein. Er wird das aber nicht aufhalten und vor allem nicht ersetzen. Es wird übrigens umso schwieriger, dann Bitcoin überhaupt zugänglich zu machen, geschweige denn damit legit Geld zu machen. Das ist aber ein anderes Thema. Also Bitcoin wird bleiben. So oder so bin ich ganz klar der Meinung, weil er hat halt keinen Ausschalter. Es liegt halt in der Natur der Sache. Wird er aber das neue Geldsystem oder das neue Geldsystem stürzen oder etwas am neuen Geldsystem verändern oder verhindern? Nein, wird er nicht. Und Gold, würde ich jetzt erstmal pauschal sagen, bleibt weiterhin Gold. Was soll ich hier sagen? Also am Status Gold wird sich voraussichtlich nicht viel verändern. Auf jeden Fall. Ja, was wird dann deiner Meinung nach mit der Kryptowelt, also mit den Kryptowährungen? Meinst du, das geht auch weiter oder meinst du, irgendwann mal ist gut gewesen? Das kommt generell auf uns zu, ne? Die Spreu wird sich höchstens von den Weizen trennen. Also von, sag ich mal, 23.000 Kryptowährungen bin ich sicher, dass 98% scheiße sind beziehungsweise 95% würde aber bedeuten, dass wir immer noch über 1.000 gute Projekte aus den jeweiligen Nischenbranchen haben, die wir brauchen. Und mit Kryptowährungen erwarten wir, denke ich, einfach technologische Weiterentwicklung der digitaler werdenden Welt, sage ich jetzt einfach mal. Also nötige Prozesse, die es braucht fürs Web 3 und demnach dann auch final das Web 3, also Metaverse etc. Ich denke, wir sind nicht weit davon weg, wirklich zu sehen und zu leben, zu erleben, dass Web 3 und digitales Leben in der Echtwelt wirklich real und nahtlos wird. Weil es wird darauf hinauslaufen, dass wir so gut wie alles, was wir heute noch nicht digital tun, das wird alles digital. Also eben über Metaverse etc. NFTs wird nahtlos in die Echtwelt und jeden denkbaren Prozess integriert. Stopping und so wird für uns ganz anders, wie es heute ist. Beispielsweise das Projekt Leandro Lopez ist da jetzt schon so ein Vorreiter und die ganzen Luxusmodelmarken, die werden nach und nach nachziehen. Behördengänge werden irgendwann durch Blockchain mal völlig unnötig sein. Versicherungsmakler wirst du irgendwann nicht mehr brauchen, weil Smart Contract Stars ersetzen werden. All so ein Zeug. Und mit Krypto dementsprechend den passenden Kryptos aus der jeweiligen Nische, die dann für diesen jeweiligen Bereich zuständig sind, werden wir meiner Meinung nach beobachten, wie der logische Prozess der Digitalisierung im echten Leben richtig zum Tragen kommt. In allen Belangen. Das bedeutet übrigens auch für negative Dinge leider, wie eben CBTCs etc., die uns komplett transparent machen sollen. Weil wissen viele nicht, liebe Freunde, dafür ist die Blockchain leider auch fahrend. Also nicht nur für Gutes, sondern auch Regierungen etc. können das auch für allmöglichen Scheiß nutzen, um ihre Kontrolle weiter auszubauen, leider. Aber das wird auch nicht verhinderbar sein. Genau das werden wir auch sehen. Auf jeden Fall. Bin ich 100% d'accord mit dir auch, mit den CBTCs vorher. Also sehe ich auf jeden Fall genauso. Ich sage einfach immer, wir haben quasi gerade so eine Chance, wie die wir damals mit dem Internet hatten. Ja, absolut. Weil wir gesagt, die Chance, die wir damals nicht genutzt haben. Es wird so eine Revolution geben, so eine Veränderung der Welt. Und da bin ich echt gespannt, was einfach auf uns zukommt. 100% sicher. 1.000 Projekte werden es trotzdem noch sein, die absolut guten Use Case kriegen oder Use Case haben. Und ja, ich bin gespannt. Mindestens, wenn nicht sogar noch mehr. Die Leute tun immer so, also viele, ich sage jetzt auch mal YouTuber, tun auch immer so, als wenn wir hier die Aufgabe haben, es wird am Ende irgendwie nur fünf überlebende Kryptowährungen geben und unsere Aufgabe ist jetzt die zu finden. Das ist Quatsch. Der Markt ist riesig überspült und voll. Aber es wird auch richtig, richtig viele Kryptowährungen geben, die ihre Daseinsberechtigung haben. Wenn, wenn, habe ich mit 1.000 Projekten vielleicht sogar untertrieben. Es werden wahrscheinlich mehr sein, die du wirklich gebrauchen kannst. Es wird am Ende nicht darauf hinauslaufen, dass du Bitcoin brauchst, Ethereum brauchst, XRP brauchst und damit hat sich das. Es werden sich, es werden sich 1.000 oder mehr Kryptowährungen werden sich durchsetzen. Wir haben genug Kryptowährungen, die wir brauchen können für die Zukunft. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, hundertprozentig. Und da du ja siehst, dass wir hier im Hintergrund auch XRP Deutschland heißen, wollte ich nochmal fragen, wie siehst du generell die Zukunft, ja und generell die Anwendung von XRP in Zukunft einfach, ne? Ja, würde mal deine Meinung zu ziehen. Ich muss die Frage für mich selbst ein bisschen umformulieren eben. Ich würde sagen, wie spekuliere ich auf die Zukunft und Anwendung von XRP? Weil, ich bin euch ehrlich, ich sehe keine Zukunft, ich spekuliere höchstens drauf. Und das tun wir alle aktuell bei keinem bekannten Projekt so sehr, meiner Meinung nach, wie bei XRP. Weil meine Meinung ist, Vorsicht, absolute Triggergefahr, weiß ich. 100% unserer investierten Gelder bei XRP unterliegen einer 50-50-Chance, ob das ein Griff ins Klo war oder ob das das beste Invest unseres Lebens war. Meiner Meinung nach sind größere XRP-Investments, und das drücke ich jetzt ganz hart aus, weil ich bin selber sehr hoch investiert in XRP, so eine Art Gambling. Also wir spekulieren seit Jahren darauf, dass XRP und alles, was dazugehört, für interkontinentale Korridore für Zahlungen zum Tragen kommt. Also signifikant und nicht mal hier und da vereinzelt, da irgendwo auf den Philippinen, sondern signifikant ein internationaler Zahlungsverkehr. Wir wissen aber nicht, dass es so sein wird. Das ist lediglich im Prinzip eine Hoffnung, weil wir wissen, XRP wäre dafür gemacht. Die hätten den Durchsatz, die könnten das gewährleisten. Das heißt aber nicht, dass sie das werden. Wir spekulieren darauf, dass Ripple die Klage gewinnt, tun sie auch vermutlich, aber wissen wir das jetzt gerade? Status Quo ist, das kann keiner sagen, weil keiner kann hell sind. Tut keiner. Wir spekulieren darauf, dass ISO 20022 technisch gesehen XRP der beste Kandidat ist und wahrscheinlich ist er das auch. Glauben wir aber wirklich alle so fest daran, dass ein Machtmonopol wie Swift so unfähig und dumm ist, dass die keine eigene Lösung hinbekommen? Vermutlich werden sie das sehr wohl, denn die arbeiten seit Jahren daran und Praxistests zeigen ganz, ganz klar, dass sie leistungsfähig sind, ob uns das gefällt oder nicht als XRP-Maxis. Also was ich persönlich sagen will, das ist natürlich nur meine Meinung, XRP ist in meinem privaten Portfolio für mich einer eher der risikoreichen Brudis, Risikospekulation und ich sehe da keine Zukunft, ich hoffe höchstens auf eine Zukunft und entweder, so sehe ich das mittlerweile, weil ich bin wirklich hoch in XRP investiert, okay, wenn der Plan nicht aufgeht, dann würde mir das schon wehtun auf jeden Fall und entweder das Auskommen ist am Ende halbwegs zufriedenstellend und wir haben halt eben alle verkackt und sollten ab dann unsere Herangehensweise an Investments vielleicht mal ein bisschen scharf überdenken, weil wir dann anscheinend echt alles Trottel sind oder so, aber Spaß beiseite, ich habe mich dafür entschieden, damals sehr hoch in XRP zu investieren, weil ich halt die Wahrscheinlichkeit, ich gehe diese Spekulation bewusst ein, ich weiß, dass das für mich in meiner Opinion eine 50-50 Spekulation ist, aber ich gehe das bewusst ein, weil ich doch mit einem gewissen Bauchgefühl das Gefühl habe, XRP so gut, dass wenn sich einer durchsetzt und wenn sich einer in diesen Bereichen etabliert, dann die, weil jemand anders sehe ich da nicht vor und ich sehe XDC nicht vor XRP, ich sehe niemanden vor XRP in dem ganzen Zahlungsgedönsbereich, okay, wenn sich da einer durchsetzt, dann XRP, sonst niemand anders, sonst können die auch alle einpacken. Wenn XRP das nicht schafft, dann wird es auch kein anderer schaffen, so sehe ich das, deswegen bin ich diese Spekulation eingegangen und bin sehr, sehr hoch in XRP investiert und hoffe natürlich auf das Beste, genau. Hast du auf jeden Fall sehr, sehr gut gesagt, also ich finde, das muss man immer wieder betonen, weil es gibt so viele Leute, die einfach denken, ja, weißt du, wenn wir jetzt in XRP oder in Krypto investiert haben, das ist 100% sicher, dass wir quasi Millionär dadurch werden, dass wir morgen schon am besten to the moon fliegen, so, und da muss man einfach ein bisschen den Gedanken ablegen, es ist auch generell Interparabilität in Zukunft meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, es wird nicht nur XRP laufen, das ist nicht nur Bitcoin, nicht nur, es werden viele Systeme nebeneinander laufen, wie du gesagt hast mit Zwift, da muss man ein bisschen von den Gedanken wegkommen, aber es ist einfach ein unglaubliches Projekt mit unglaublichen Partnern, mit unglaublicher Zukunft und Use Case, das muss man halt, das kann man einfach nicht anders sagen. Das ist so, das ist so, ja. Kannst du uns auch passend dazu deine Top 3 Coins sagen, wo bist du, wovon hältst du am meisten sozusagen? Ethereum, Bitcoin, Quant, das sind das, Ethereum, Bitcoin, Quant, das sind meine drei Top, Top, sehr interessant, auf jeden Fall. Interessant, also mittlerweile, tatsächlich war es bis vor, wann hat Quant XRP bei mir jetzt überholt? Vor ein Jahr alt war, musste das sein. XRP war vor zwei, drei Monaten bei mir gewichtstechnisch im Portfolio noch Platz drei, und Quant habe ich jetzt über das letzte halbe Jahr so viel reingedollert, dass von der Gewichtung her Quant jetzt bei mir auf Platz drei ist. Also Ethereum, Bitcoin, Quant, das ist mein Portfolio. Bei Quant kann man sich auf jeden Fall auch nochmal unterhalten, das ist natürlich mit der Tokenomics auf jeden Fall ein Bombo. Ah, ja, 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 das hat ganz, ganz, das wirkt ganz, ganz viel Potenzial auf jeden Fall, ja. Kannst du uns denn da passen dazu, deine, ja, wir wissen ja auch, Preispunknosen ist immer so eine Sache, das ist alle hier, Glaskugel kennen wir alle. Aber die Leute wollen es hören. Die Leute wollen es hören, das ist das Ding. Ja, mit dem, mit dem wichtigen Disclaimer, dass alles, was ich jetzt natürlich sagen werde, auch völliger Bullshit sein kann. Was ich jetzt mache, sind natürlich lediglich Hoffnung, auf die ich spekuliere. Also fangen wir mal, ich würde sagen, mit dem größten Brudi an. Bitcoin, ich sehe schon eine sehr, 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 sehr hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir mindestens zum nächsten Halving 2024, dass wir sechsstellig gehen und die 100.000 überschreiten. Weiter möchte ich mit einer Prognose gar nicht gehen. Ich weiß, es gibt Leute, und rein rechnerisch kann er das machen, die davon ausgehen, dass Bitcoin zu seinen Peak-Zeiten irgendwann mal, wann auch immer das sein sollte, vielleicht 2040, sind eine Million erreicht. Das kann er, nur davon gehe ich weg. Ich will davon gar nichts wissen, weil wenn das passiert, bin ich vielleicht auch schon gar nicht mehr im Leben. Wer weiß, keine Ahnung, bei meinem Lifestyle irgendwie werde ich mit 35 einen Herzinfarkt haben oder so. Aber, ja, und bei dem Kryptomarkt kriegst du auch mal schnell einen Herzinfarkt. Ich visiere jetzt erstmal, ich nehme diese 100.000, die ich definitiv sehe 2024 und ich gehe sogar noch ein Stück höher für eine gewisse Toleranz. Also, mein Target sind da so 125.000 Dollar bei Bitcoin, womit ich wirklich rechne. Okay, und alles darüber hinaus wäre so ein Goodie, was man gerne mitnimmt. Ethereum, fünfstellig. Ethereum zum nächsten Halving 2024, glaube ich, haben wir eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, in Richtung 10.000 zu tendieren oder vielleicht sogar noch drüber. Die meisten stimmen, ich glaube, es gab so eine halbrepräsentative Umfrage. Ich glaube, Sunny Decrees war es, die meisten glauben so mit einem Target um 15.000 bei Ethereum. Absolut machbar, absolut logisch, aber auch da sehe ich ihn jetzt aktuell noch nicht, okay. Also, fünfstellig ja, Ethereum 2024, sollte 10.000 erreichen, wäre ich mehr als zufrieden mit, weil dann schichte ich um in Bitcoin. Und Quant, Quant ähnlich, wir sind jetzt immer noch in dreistelligen Bereichen. Wir hatten schon Ultramar bei über 400, das war natürlich nice. und jetzt aktuell TNVD war so bei 120. Quant hat aber, wie du gerade schon angesprochen hast, Luis, aufgrund der Tokenomics und so natürlich unahnenbares Potenzial. Ich hatte gestern noch eine nice Grafik auf Twitter gesehen, wo ein begnadeter Trader und Analyst die FIPS mal richtig positioniert hat auf den Quant-Chart. Und wenn er alle FIPS-Levels erreichen, Hürde, bis nach ganz oben, dann hätten wir ein Target von 29.000 Dollar, Quant. Das wäre schon hart. Also, das ist ein Target, den er auch Tokenomics-technisch und mathematisch auch erreichen kann, ohne dass du jetzt bei der Marktkapitalisierung denken würdest, der müsste ja dann aber mehr Marktkapitalisierung haben als die Bank of England und so. Nee, das muss er eben nicht. Also, wir sind dann irgendwo bei einer Marktkapitalisierung, die Bitcoin heute hat. Und warum sollte das in zehn Jahren undenkbar sein? Es kommt ja viel mehr frische Liquidität in den Markt irgendwann. Aber wollen wir es mal nicht übertreiben? Also, meine Hoffnung ist, dass wir zum nächsten Bullrun-Quant vierstellig sehen, dass er die 1.000 Dollar knackt. Und da ist tatsächlich, bin ich ehrlich, da ist tatsächlich auch mein Target, wo ich umswitche in Bitcoin. Also, wenn er 1.000 Dollar übersteigt, da möchte ich Gewinne realisieren. Dafür halte ich Quant, dafür habe ich Quant. Und dann realisiere ich Gewinne, weil dann werden wir irgendwo so am Markt top sein. Und dann warte ich auf den nächsten Wehrermarkt und dann gucken, wie weit der wieder runtergeht. Und da kaufe ich dann wieder ein. Genau, so mache ich das. Wann soll denn deiner Meinung nach der nächste Bullmark starten? Voraussichtlich 2024 zum Halving. Das kommt aber natürlich ganz drauf an, weil es kann auch sein, es kann wirklich mittlerweile sein, dass dieser nächste Bullrun, den wir ja alle eigentlich fürs Halving erwarten, dass der eventuell auch ins Wasser fällt, wenn das so weitergeht. Weil die makroökonomische Situation, weltwirtschaftlich, geopolitisch, vor allem geopolitisch, die entspannt sich gerade nicht, die wird immer ernster. Und jetzt fahren die Chinesen auch harte Geschütze auf und die USA und China fangen an sich zu drohen und Taiwan wird weiter bedroht und Russland-Ukraine haben wir weiterhin. Und da stehen keinerlei Zeichen auf Entspannung, nichts. Da geht es eigentlich die ganze Zeit nur weiter und wir liefern weiter Waffen und Waffen und wir heizen diesen Krieg immer weiter an, warum auch immer, okay. Und welches Interesse eine Nation wie Deutschland eigentlich davon hat, so ein Land jetzt die ganze Zeit weiter mit Waffen auszustatten, einen Krieg, den sie nicht gewinnen können, okay, das sagen wir jetzt mal einfach ganz klar so. Weiß ich nicht, wie lange das noch geht und wie viel Eskalationspotenzial wir in dieser ganzen US-amerikanisch geführten Inszenierung da eigentlich noch haben, okay. Also das wird irgendwas, das wird alles irgendwas mit dem Big Bang zu tun haben, bin ich euch ganz ehrlich. Also ich will jetzt nicht wie ein Schwurbler wirken oder so, aber irgendwie wird da politisch ein anderes Ziel verfolgt als, ja, wir wollen die Ukraine von den bösen Russen befreien. Also irgendwie, egal, lasst uns das nicht ausraten, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Aber das meine ich, also wir haben so viel Explosions- und Eskalationspotenzial. Wenn das so weitergeht, dann wird das mit der Konjunktur auch nicht besser. Daran maßgeblich misst sich die Inflation, die wird dann auch nicht besser, die wird schlimmer. Bankensystem, Gelder etc. Also woher soll das Geld für den Bullrun dann kommen? Das ist die Frage. Also am Ende entscheidet alles, ob sich die weltwirtschaftliche und geopolitische Situation entspannt, weil wenn nicht, haben die Leute kein Geld und die Leute haben dann auch Angst, dieses sehr wenig vorhandene Geld in einen Risikokapitalmarkt wie Krypto zu investieren. Das wird vermutlich nicht passieren. Und sollte die Situation sich nicht entspannen, wird der Bullrun 2024 ausfallen. Bin ich der Meinung. Auf jeden Fall. Genau. Wenn wir bis dahin Entspannung sehen, dann rechne ich ganz normal, wie geplant, zum Halving mit einem neuen Bullrun. Ja, bin ich auf jeden Fall auch 100% d'accord damit. Also sehr, sehr schwierig. Wir haben einfach gerade eine aufstrebende Großmacht mit China, eine abstrebende Großmacht mit Amerika. Und da kommen die nächsten Jahre auf jeden Fall noch ziemlich viel auf uns zu. Ja, definitiv. Das wird nicht lustig. Definitiv nicht. Und wir könnten gerne mal darüber extra Video machen, weil ich glaube, das interessiert viele. Und viele, die in Krypto investiert sind, verfolgen auch sowas. Und das ist ja auch, was Krypto eigentlich ausmacht und uns alle vereint eigentlich, dass wir auch hinter der Fassade schauen und vielleicht weiter denken als andere, die nur die Zeitungen und die Medien, die wir heutzutage haben, verfolgen. Ja, absolut. Genau. Jetzt kurz vorm Ende hatte ich trotzdem noch eine Frage. Wir haben ja deine Top 3 Coins. Die Prognosen haben wir ja quasi schon behandelt. Aber jetzt gerade noch mal zu XRP ganz normal. Was denkst du generell, wenn wir Anwendung kriegen, wenn wirklich das so passiert, wie wir uns das alles vorstellen? Was kannst du dir vorstellen ungefähr, ohne natürlich jetzt wieder Glaskugel-Gedanke hier? Das ist eine unfassbar undankbare Frage, weil ich glaube, nichts heizt die Gemüter der deutschen XRP-Community so sehr an, wie über die Preisfrage zu spekulieren. Und dann gibt es Meinungen, die die Marktkapitalisierungsthese mit reinnehmen und Meinungen, die sagen, nein, das kannst du bei XRP nicht so berechnen. Und das kommt am Ende alles darauf an, wie es jetzt überhaupt rechtlich eingestuft wird. Commodity, Werkpapier, digitales Asset, was ist es überhaupt? Die Frage ist noch gar nicht. Demnach weißt du auch gar nicht, wie du diese Marktkapitalisierungsberechnung überhaupt anstellen kannst bei XRP, ob es geht oder halt nicht. Das wird sich zeigen. Und dann kommt es natürlich ganz darauf an, ob XRP bei laufender Anwendung irgendwann, wie auch immer es dann eingestuft wird, über den Derivatenmarkt gehandelt wird. Dann hast du natürlich ganz, ganz andere Möglichkeiten. Dann steht dem Asset an sich eine ganz andere Möglichkeit an Wertentfaltungen zur Verfügung. Dann sind solche Targets, die man oft hört von, weiß ich nicht, 50 bis 100 Dollar, die sind dann gar nicht mehr unrealistisch. Also bei so einem Durchfluss, den es haben würde, wenn es nur, sagen wir mal, die Hälfte von dem Durchsatz hat, was Swift jetzt aktuell durchschleust an Gelder, okay, über den XRP Ledger. Und wenn XRP die Brückenwährung ist, dann weißt du ja, was abgeht. Dann hast du da einen massiven Durchsatz. Und dafür ist der Token gemacht, dass er halt eine hohe Preisbewertung dann hat. Weil dann funktioniert er am besten, dann hat er am meisten Durchsatz. Das wissen wir mittlerweile. Er kann sehr hohe Preisgestaltungen annehmen, definitiv. Und da ist wieder die Frage, das ist absolutes, ab jetziger Zeitpunkt, das ist Märchenschloss, das ist Hoffnung, das ist könnte, hätte, wenn und aber, wir wissen es nicht. Wenn wir realistisch bleiben und nicht davon ausgehen, dass XRP den meisten Marktanteil von Swift und welche Zahlungsanbieter es noch weltweit gibt, dass XRP das einfach mal eben wegnimmt und die Eliten das auch einfach mal so zulassen werden, die haben ja auch immer noch ihre Möglichkeiten so im Background, dann rechne ich jetzt aktuell und damit wäre ich schon sehr zufrieden. Bei allem, was bis 10 Dollar ist, halte ich für sehr realistisch. Absolut. Nächster Bullrun-Klage geht gut aus für XRP. Wir entfalten uns dann ein bisschen. Wir kriegen neue Zahlungskorridore. Wir haben gute News. Hier und da wird wieder überall gelistet und sowas. Ja, dann, ey, also 5 Dollar sehe ich auf jeden Fall und alles bis 10 Dollar würde mich nicht schockieren. Alles darüber würde ich schon denken so, wow, okay, was geht denn jetzt ab, okay? Dann wird es spannend, aber bis 10 Dollar halte ich alles für realistisch, auf jeden Fall. Sehr realistisch auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall und zum Schluss wollte ich auf jeden Fall noch Danke gesagt haben. Danke, dass du uns unterstützt hast, als wir unseren Kanal nicht mehr hatten. Sehr gerne. Da hatten wir ja einige Streitigkeiten mit YouTube und jetzt haben wir unseren Kanal wieder, aber du hast uns unterstützt in dieser Zeit, hast in deinem Video auch uns erwähnt und sowas alles. Und deswegen sagen wir, unsere Community schaut auch gerne bei dem Marcel vorbei. Ist ein cooler Typ und danke für alles, Marcel. Das war definitiv. Das ist nicht selbstverständlich, ne? Sehr, sehr gerne. Real recognized, real, Jungs. Ich fand das sehr, sehr schade, sehr, sehr schade, was da passiert. Ich bin sehr froh, dass ihr euren Kanal wieder habt, weil jetzt kann ich hier auch endlich zu Gast sein und gucken wir, dass das nicht nochmal passiert so hat. Auf jeden Fall. Das hoffen wir alle. Auf jeden Fall. War auf jeden Fall sehr cool. Verlinken wir unter dieses Video. Ich würde einfach mal sagen, um uns zwei und dem Marcel zu unterstützen, abonniert diesen Kanal. Verrückt auf den Felsen. Ihr schaut bei Marcel vorbei. In diesem Sinne. Nein, Leute. Haut rein. Und wie es weitergeht, das erfährst du täglich hier. Wir sind die Krypto-Jünger und das ein Leben lang. Die XRP-Armee wird kämpfen bis zum Untergang. Bis dass die letzte Wallet ihren letzten Coin verbrennt. Und unser Cross sich wie Phönix von der Arsche trennt.